...weiten Rennen, Thomas Putzer, unser Starter hier seit Jahren, Hans-Tor am LKW, der Ate, Steiger-Tor in Assistenten, Susanne Durst und Fili-Katter waren seit Jahren, unsere Stützen beim Entenrennen. Ja, Preisenbacher redet gerade den Startvorgang, es sieht gut aus. So, ich höre gerade, die Übertragung funktioniert auch, Thomas gibt den Startschuss für das künfte Entenrennen. Das Hauptfeld setzt sich langsam in Bewegung und die Startgeschwindigkeit ist diesmal feier. Das sind viele, viel mehr als die Gruppe. Ich bin dabei. Bestimmt. Boah, da geht es ja richtig los. So, Kira, jetzt müssen wir dem Ende hinterher gehen, ne? Ja, ich habe sie gesehen. Ah, jetzt müssen wir doch endlich die Reise so langsam kontrollieren, die Interessantien kommen, in der Schule, eine schuschte Stelle voranziehen, weil wir doch die Odonten haben, hier so manche Stellen vereinfacht haben. Auch wir haben ja ein Engine-Junnel, was nicht auch am Aborten darbestand, weil wir die Engine-Wertler wünscht, der Engine-Wertler dieses Jahr. Die Engine-Wertler sind die Engine-Wertler, 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 die Engine-Wertler sind die Engine-Wertler sind die Engine-Wertler sind die Engine-Wertler sind die Engine-Wertler, Unser Rohr ist unsere schönen Hanna-Kritte. Ihr seid ganz herzlich des kreisliche Weichvereins, die ihren Wachländen immer super machen und versuchen, alle Händler zu richten. Die Kondisiäfer sind doch herunter und hier sind immer gut. Und es ist ein wahnsinnig Wahnsinn. Der Zieleinlauf wird vielleicht in so 10 Minuten bekannt gegeben. Und nochmals herzlichen Dank an alle Freunde von der Feuerwehr-Härtenfeuer, die hier für diesen Tag immer wirklich absoluten Wohlen schenken. Ich denke, das ist auch ein Abbrauchwert verdienter. Auf Wiedersehen, Feuerwehr-Härtenfeuer und den kreislichen Weichvereins für uns. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Achtung